Zum Glück gibt es in der Allianz Arena keine Bäume. Sonst würde sich der 1. FC Nürnberg wohl am Montagabend selbst die Chancen auf einen Sieg nehmen. So war ihnen zumindest ihr Aufwärmterrain in der Parkstadt Schwabing nicht besonders vertraut. Den Rasen in der Arena hingegen sollten zumindest die Löwen aus dem FF kennen und sie können Trainer Vitor Pereiras Anfangsbilanz noch verbessern. Die Spieler des TSV 1860 haben es also selbst in der Hand ihrem portugiesischen Trainer einen gelungenen Einstieg beim Münchner Traditionsklub zu bescheren. Vier Spiele unter Pereira, zwei Siege, eine Niederlage in der Liga plus das Ausscheiden im DFB-Pokal gegen Drittligist Lotte. Dennoch kann der Portugiese zufrieden sein. Ein Sieg im bayerisch-fränkischen Derby gegen den 1. FC Nürnberg würde für einen gelungenen Auftakt an der Grünwalder Straße sprechen und weiter Luft im Abstiegskampf verschaffen. Der Auftakt bis jetzt ist nicht schlecht. Es ist jetzt wichtig, dass wir gegen Nürnberg nachlegen und gewinnen. Dann haben wir einen guten Auftakt. Mit Punkten und Siegen bekommt man Sicherheit und Selbstvertrauen. Das brauchen wir, um unsere Spielidee zu festigen. Bis zu 22.000 Zuschauer werden in der Allianz Arena zum Montagskracher gegen den Tabellen-Achten erwartet. Ich habe großen Respekt vor Nürnberg, aber auch vor allen anderen Teams in dieser Liga. Hier kann wirklich der Letzte den Ersten schlagen. Die Liga ist sehr ausgeglichen. Unser Fokus liegt darauf, den Gegner auszuspielen und unsere Stärken auf den Platz zu bringen. Ein Dreier und der Löwe hätte bereits sieben Zähler Vorsprung auf den Relegationsplatz. Und Pereira hat die Floskeln quasi schon vor seinem fünften Spiel als Löwentrainer satt. Ich würde gerne was anderes sagen, aber es ist immer das Gleiche. Wir wollen gewinnen und die drei Punkte gegen sehr gut organisierte Nürnberger. Sie sind sehr gut in Standards und sind konterstark. Aber wir konzentrieren uns auf uns. Pereira hat eine passende Marschroute für die 60er gefunden. Einzig und allein mit dem deutschen Spielplan muss sich der Portugiese noch anfreunden. Es ist ein Derby, aber ich habe schon so viele Derbys gespielt. Das ist jetzt das Wichtigste, weil es eben das nächste Spiel ist. Aber ob Montag oder an einem anderen Tag ist egal. Aber der Spielkalender ist für mich schon ein wenig merkwürdig. Wir haben lange Wochen, dann ganz kurze. Das ist schwer für unseren Mikrozyklus im Training. Aber so ist eben der Wettbewerb. Vitor Pereira wird am Montag gegen Nürnberg wohl auf seiner Anfangself vom vergangenen Sieg gegen den Karlsruher SC vertrauen.